Servus Freunde, Willkommen zurück zu World of Warcraft. Ja, wir sind hier bei dem Lernsucher Joe und bei dem werden wir jetzt unsere Quest abgeben. Ich muss zugegeben, ich habe schon seit einer Woche nicht mehr gespielt. Es hat sich schon viel getan in der World of Warcraft. Ja, und jetzt sehen wir wieder kräftig. In Pandaria glaube ich, dass wir diese Weisheiten aus der Vergangenheit benötigen. Das verstehe ich, Lernsucher, aber das Schlangenherzprojekt ist bereits in Verzug geraten und wir können keinen einzigen Stein erübrigen. Ja, die reden gerade. Jetzt redet er wahrscheinlich wieder, oder? Ne, irgendwie nicht. Holt 15 Jade! Was steht da Jade? Jade, ach ja, die Brocken von dem Scheimischen, ne, Scheimischen, ne, Scheimischen, ne, Scheimischen. Meine Augen. Ja, ich kann ja leider nur in 720p spielen, deshalb sehe ich das nicht so genau. So, mal sehen, wo wir da hin müssen. Oh. Ganz woanders hin. Auf die andere Seite. Ja, es hat sich schon viel getan in der World of Warcraft. Auf unseren Server wurden schon die ersten heroischen Bosse gelegt. Zwei Gilden haben schon zwei von 16 heroisch gelegt. Aber das ist ja noch gar nichts. Mann, hier sind schon fertig. Haben schon sechs von 16 und warten auf den nächsten Content sozusagen. Und wir sind immer noch Level 86. Ja, die anderen sind schon längst am heroischen Instanzen gehen und was weiß ich alles. Ah, da haben wir schon wieder solche Typen. Ach, Jade, halt da. Die haben so... Oh. Ach, schon wieder voll schütterst du erwischt, ey. Ja, ich sollte öfter spielen, aber nein, okay. Uh, sogar kritisch getroffen war. Tja, und jetzt habe ich CD. Die werfen auch noch mit Jade. Ach, und auf. Ah, die Dinge müssen wir einsammeln. Die könnte ich sogar von dem klauen, aber sowas mache ich nicht. Da soll jeder sein Zeug machen. Und dann ist gut. Na, komm her. Da sieht man immer schön, welche die haben. Hier unten steht Jade, halt da zwei Stück. Na, göttlicher Sturm ist eigentlich hier voll für den Arsch. So, das mal. Ja, das ist schon besser. Es war eigentlich gut zu wissen, ob die die Dinge auch mal auf uns schmeißen und dann sind sie weg. Oh, der hat nur einen, das ist ein wenig wenig. Der hat zwei. Dann nehmen wir uns den mal vor. Oh, jetzt hat er sogar drei. Aha. Na, 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 du wirfst keine Jade. Da steht nämlich immer Jade werfen. Nicht, dass er die wegwirft. Oh, dann kann ich nur hinzu. Alter, nein. Ja, toll. Die sammeln natürlich meine Jade ein. Ist echt klasse. Hm. Leute gibt's, Leute gibt's. Uh, der doch jetzt. Ach ne, die könnte ich mehr als drei tragen. Ach so. Komm her, du Penner. Naja, ich würde auf jeden Fall keine Ahnung von Leuten klauen. Oh, bin ich nicht der Typ dafür. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Aber das verbietet meine Ehre. Sagen wir es mal so. So, dann haben wir jetzt schon zehn Stück und dann kommt der nächste mit. Drei. Super, läuft. Ist es jetzt durchgekommen? Könnte es sein, dass der die Jade gar nicht auf uns draufwirft? Komisch. Irgendwie macht er was, aber... Aber... Oh, da haben wir jetzt sogar einen gelootet bei dem. Oder können wir wieder ein Pet-Battle machen, aber meine Pets sind ja noch nicht so weit. So, noch einen brauchen wir. Einen noch. So. Guck mal, wer fällt gerade ein? Ach, das ist dran. Ach, ich bin noch gewöhnt, dass das hier steht und nicht da unten. Oh, da liegt ja noch einer. Cool. Den hat er wohl nicht mehr gebraucht. So, dann wollen wir gleich mal zurück zu unserem Lern-Sucher-Typen. Und dem sein Jade geben. Ist noch auf dem richtigen Weg? Ja. Puh, was folgt uns da? Ein riesiger Tiger. Aber der soll mich jetzt nicht aufhalten. Oder besser gesagt, uns. Die wollte er ja jade, ne? Auf Wiedersehen. Und was kommt denn jetzt? Hä? Wollte schon immer dort? Oder ist das jetzt gerade aufgetaucht? Hm, komisch. Hallo. Äh, Unglücksjade. Er schlagt zwölf Grünsteinknabberer. Wart den Kriegen. Manns Mann. Sucht Hau-Mann im Grünsteinbruch. Bleibt konzentriert. Im Grünsteinbruch. Also. Na, okay. Dann müssen wir jetzt wieder zurück. Und dann gucken wir mal, ob wir da auch was finden können. Aber das wird wahrscheinlich eh zu finden sein, weil... Sonst würden sie uns da nicht hinschicken, ne? Ja. So, warte mal. Stopp, stopp, stopp. Nicht so schnell. Machen wir das mal aktiv. Das ist die größte Fläche. Ach, das ist hier drin. Was ist denn mit denen los? Die haben irgendwie Angst. Was ist das für einer? Eine Bergbaulehrerin. Was ist denn jetzt los? Alles klar. Das sind die Knabberer? Oh, wo bist denn du? Manns Mann. Befreit acht Grünstein-Bergarbeiter im Grünsteinbruch. Heieiei, du. Na also, ich hab euch doch gesagt, dass ich's schaffe. Echt? Ich bin sicher, dass ihr hier drinnen zurechtkommt. Ich kümmere mich draußen um alles. Na klar. Ist gut. So, guck mal her. Hey, hässling. Was ist denn das, ey? Wir sind ja keine Monster. Das ist ja... Das sind Zustände. Na, das war jetzt sehr... So, Bergarbeiter beretten. Zack. Kriegen wir einen Punkt? Ja, wir kriegen einen Punkt. Toll, wenn die alle so sind, dann... Das ist ja wirklich... Das ist ja wirklich... Einfach. Komm, dann nehm ich mir mal den hier. Dann gehen wir mal hier rüber zu denen. Das ist ja dann ziemlich einfach. Komm doch mal her. Wir hässlichen kleinen Vögel. Gibt's ja vielleicht auch größere von den Viechern? Oder sind das wirklich alle? Oh, da ist wieder einer. Na, komm. Komm mal hier den. Oh! Oh, da ist ein größerer. Aha. Ein Grünsteinverschlinger, also. Aber wir sollen ja die Kleinen hier killen. Na, lootest du mal? So, den mal retten. So, ich war ja vorhin auch am Reden über unseren Server hier. Das sind ja auch schon einige Level 90. Meine Kollegen, mit denen ich auch zusammenzocke, die sind auch schon Level 90. Aber ich kann ja schlecht vorstürmen. Weil ich ja auch auf eure Kommentare warte. Und nicht einfach hier, sagen wir mal, in drei Wochen alles aufnehmen und es dann nach und nach hoch leitet. Das kann ja auch mal sein, dass ich irgendwie einen schlechten Tag habe und dann nehme ich zehn Parts auf und dann ist sie die ganzen Parts so. Zum Beispiel heute habe ich so übelste Kopfschmerzen gehabt. Da fühle ich mich jetzt noch nicht so super. Aber keine Sorge, ich habe jetzt keine Kopfschmerzen mehr. Es fühle ich mich nur ein wenig so. Deshalb werde ich auch nicht so viel aufnehmen. Nicht, dass es dann rüberkommt, als wäre das hier so. Ach Gott, du wirkst zu langweilig, mein Freund. Nee. Schade, dass wir das Jahr hier nicht einsammeln können und verticken können. So. Aber ich habe schon gemerkt, ich habe schon wieder ein bisschen... Ich hätte schon wieder Lust, irgendwie so richtig abzuraiden. Aber da habe ich mir gedacht, nee. Da muss ich mich zurückhalten. Da will ich jetzt nicht mein Let's Plays da in Gefahr bringen, nur weil ich gerne mal wieder ein paar Rates abhalten würde. Nee. Da mache ich lieber einen ruhigen... Was sagt man, sind das Spinnen oder sowas? Na, guck mal mit. So. So, ja, das ist zwar... Ich meine, die sind ja leicht. Wahrscheinlich müssen wir da nochmal runter und die Typen besiegen. Mann, das ist natürlich ein Paradies für Bergbauer. So, wir brauchen noch... Ach nee, die Verschlinger müssen wir auch töten. Ah, jetzt sehe ich es gerade. Habe ich vorhin gar nicht bei der Quest gelesen, Alter. Habe ich wieder nur gelesen. Aha, und zack. Okay, die haben ein bisschen mehr HP. Na, das kenne ich irgendwoher. Warte mal, welcher Boss war das? Ähm... Das war in der Instanz. In den... Äh... Wie heißt das? Das bringt mich auf eine Idee. Das war hier. In Tiefenheim. Im Tempel der Erde. Da gibt es so einen Wurm. Der macht auch so solche... Äh, solche... Äh... Solche Kristalle auf dem Boden. Die verwandeln sich dann, glaube ich, in so komische... Viecher, die dann explodieren. Nach einer Zeit, glaube ich, war das. Oder nee, das war was anderes. Die kommen dann in der Phase, wo er dann untertaucht. Genau. Ihr wisst sicherlich, was ich meine, wenn ihr das schon mal gesehen habt. Beziehungsweise Spiel spielt. Das dürfte sich ja dann... Äh, übrigen. In Dead Stones würde dann wahrscheinlich schon jeder gewesen sein, weil die ist ziemlich cool. Ich glaube, das ist sogar die... Eine der anspruchsvollsten Instanzen, zumindest im heroischen Modus. Jetzt gibt es ja auch den neuen Herausforderungsmodus, wo man die Instanz noch etwas schwieriger gestaltet hat. Hallo, bist du noch da? Achso. Wahrscheinlich habe ich nur irgendwie beträubt oder sowas, weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall kann man die ja im Herausforderungsmodus angehen. Das sieht man auch hier. Hier, hier Dungeon Browser, da kann man wahrscheinlich dann irgendwann einen Herausforderungsmodus machen. Hier zum Beispiel sieht man auch den Realm-Rekord, meinen persönlichen Gilden-Rekord. Äh, ja, mit meiner Gilde schwer zu erreichen, weil die momentan nicht aktiv ist. Das wird wahrscheinlich auch nicht mehr so sein. Vielleicht suche ich mir auch eine neue Gilde, ich weiß ja nicht, ne? Aber wenn, dann werde ich nur als Gilden-Friend mal so irgendwo reinschneiden. Vielleicht auch auf der... Bei der besten Allianz-Gilde des Servers. Mal sehen, vielleicht wollen die mich ja. Nee, mal gucken. Ich meine, da spielen zwei Leute, die ich kenne, aber... Oder besser gesagt, einer. Oder zwei. Mal gucken. So, laufen wir mal raus. Oh, das war eigentlich die falsche Attacke. Ja, ja, komm, hau ab. So, jetzt brauchen wir noch... Einen und zwei von denen. Oh, komm, mal drei her. Wir haben den Sturm hinterher, schon mal da einer frickt. Ich meine, so schnell werde ich eh nicht Level 90, also es wird bestimmt noch dauern, also... Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Ich hab's auch nicht so eilig. Und wenn man sich dann zu schnell und zu gut anstellt, kommen dann auch die Anfragen... Hey, komm, hast du nicht Bock, bei uns mitzumachen? Ich meine, wenn ich jetzt nicht, äh... So schnell mache und irgendwann dann... Ja, die nächsten Raids kommen und dann nicht episch equipped bin, dann fragt sowieso keiner mehr nach. Das ist dann in Ordnung. Das ist natürlich scheiße, wenn man dann eine neue, ähm... Wenn man so mitten im Add-on anfängt, dann hat man fast keine Chance, da irgendwo reinzukommen. Allerdings machen sie dann meistens so Instanzen, wo es epische Kleidung gibt, wie... Also als Lückenfüller, dass du quasi dort die Items abstaubst und dann für die nächsten Raids gewappnet bist. Ist natürlich auch eine gute Lösung. Steigt in den Jade-Wagen und fahrt mit Hau zurück zum... Zum Omen-Kaiser? Den Omen des Kaisers. Äh, okay. Das, liebe Leute, machen wir erst im nächsten Port. Denn ich werde jetzt hier mal Schluss machen und wir sehen uns dann eben im nächsten Port, ist ja klar. Also bis dann, Leute. Ciao.